Die Putzerei, der erste Dekorationsschritt in der Keramik. Hier werden zum Beispiel jetzt von der Gießkanne sämtliche Nähte abgekratzt, gesäubert. Das geschieht mit solch einem Messer. Das sind ja komische Messer. Genau diese Messer sind genau so geschliffen nach der Form der Rohlinge, also spezielle Messer, die hergestellt wurden. Und wenn ich jetzt mit dem Messer mir die Naht sauber kratze, sieht das so aus. Macht das dann nicht die Form kaputt? Nein, das nicht. Perfekt. Genau. Und du kannst ja hier oben einmal versuchen. So in die Richtung? Ja, genau. Wie eine Nagelfeile. Richtig. Wunderbar. Das funktioniert sehr gut. Nachdem die Form dann gesäubert wurde, wird mit einem feuchten Schwamm, mit einem nebelfeuchten Schwamm, wird dann die Naht noch einmal kaschiert. Also wir nennen es beschwemmt. Und die Kanne wird dann zum Trocknen ins Regal verbracht. Und bei unserer Keksdose? Genau dasselbe. Hier werden auch alle Nähte entfernt. Der Deckel. Perfekt. Super. Fertig fürs Regal. Fertig fürs Regal. Fertig fürs Regal. Der Deckel. fashioned escuches Vielen Dank.